Mit der neuen kommenden Landesregierung von Sachsen-Anhalt. Mit Juwal Harari. Mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Fachrichtungen. Auf jeden Fall zusammen mit der Studierendenschaft. Mit meinem Umfeld, in dem ich einfach Fragen stelle, für Veränderungen sorge. Mit Kommilitonen und mit den Menschen, die ich außerhalb der Uni auch noch kenne. Ich hätte mich gefreut, wenn ich das mit Stephen Hawkins hätte machen können. Ich würde gerne mit Jedi-Meister, Yoda, die Welt neu denken. Zusammen mit anderen Bereichen an einem Strang zu ziehen, um wirklich zu neuen Lösungen, interessanten Lösungen zu kommen. Würde ich sehr gerne mit Elon Musk mich über die Zukunft unterhalten. Mit Professor Maja Göpel. Mit dem Bildungsministerium. Mit Leo Pachter, einem Kollegen aus Kalifornien von der Caltech. Ich möchte mit allen Menschen die Welt neu denken, mit allen, die konstruktiv handeln möchten.